ich würde sagen wir fangen uns erst mal wir fangen uns erst wir stellen uns erst mal den ernsten themen des tages denn es sind ein paar sehr 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 ernste sachen passiert und ich würde sagen dann fangen wir erstmal an viele schon wissen schon am brand wird gerade auch im chat geschrieben genau also leute es gibt natürlich auf twitch die ist relativ bekannt und ich würde sagen sagen ich weiß nicht ob sie sogar die größte weibliche streamerin der plattform ist oder die bekannteste weibliche streamerin der plattform ich bin mir sicher ich kenne mich jetzt nicht den ganzen amy streamer nicht so gut aus aber auf jeden fall eine sehr bekannte streamerin die heißt amorand und sie ist dafür bekannt dass sie sage ich mal auch freizügigeren content macht davon kriegt sie auch von manchen leuten ein bisschen kritik dass sie zum beispiel hier vielleicht so ein bisschen die falsche plattform erwischt hat und so weiter und so fort kennen manche von euch vielleicht noch nicht auf jeden fall sie macht so camgirl content quasi das ist aber nicht das thema heute das thema heute ist dass die amorand scheinbar in einer absolut ganz gefährlichen situation steckt in einer toxischen beziehung und zwar der keemstar so ein amerikanischer news youtuber so wie heißt herr news time quasi nur amerikanisch der hat dazu einen tweet verfasst und wir können es mal besetzen damit die leute auch kein englisch können das auch direkt verstehen amorand erzählte in ihrem chat von ihrem ehemann der die kontrolle über ihre bankkonten hatte und das geld nahm und drohte ihre hunde zu töten und so weiter jungen spenden seit jahren online an sie ohne zu wissen dass das geld an ihren ehemann ging also scheinbar ist es da eskaliert also die ehemann hat sich scheinbar so bedroht dass er gesagt hat er bringt die hunde um und so weiter und und hat ihr komplettes geld vom konto geplündert und ich muss sagen das ist ziemlich krass weil wir noch vor kurzem gemeinsam einen tweet angeguckt haben da ging es um amorand auch aber um den eher sag ich mal lustigen oder provokanten tweet das war noch als sie auf der auf sie als sie auf der twitchcon war und da hat sie doch dieses jahr ne also zb lola hat sie auch getroffen ne und sie war halt auf der twitchcon und da hat sie doch diesen berühmten clip hier den wir uns selbst auch angeguckt haben erstellt wo ein fan eben sie getroffen hat im meeting quasi und da warten wurden auch so halt rumgealbert und am ende ging es so ein bisschen darum dass sie sich eben auf ihren arsch stellen soll und so weiter und so fort ne da war alles noch da war die welt noch quasi in ordnung und heute sieht man die traurige wahrheit und zwar dass sie schon lange zeit eben bedroht und bedrängt wird von ihrem ehemann scheinbar und das ist auch so eine sache ich finde das zeigt perfekt dieses ganze bild von dieser online welt online streamer youtuber whatever die können vor der kamera alle noch so zeigen alles perfekt wir haben die per so alles ist toll alles super es kann aber schon extreme probleme im privatleben die ganze zeit geben die aber die ganze zeit nicht eben nach außen kommuniziert werden die eben keiner weiß und das ist immer das so eine gefahr zu einem streamer oder zu einer streamerin so eine beziehung aufzubauen so eine freundschaftliche beziehung das gefühl hat ja ach krass ich sehe den jeden tag oder jeden zweiten tag oder ich weiß nicht wie oft die streamt keine ahnung aber ja ich kenne die so gut aber das ist so eine sache die wusste kein mensch und sie ist wirklich nicht klein also sie hat eine riesen zuschauer schafft und das sieht da sieht man halt wie viel immer quasi die ganze zeit hat wie viel man nicht mitbekommt vom vom eigentlichen leben und dass dieses twitch und youtube und alles diese social media instagram tik tok das ist immer nur das ist was die leute zeigen wollen also ich weiß nicht ob es da jetzt schon noch ein detailliertes video zu gibt aber das auf jeden fall eine sehr sehr heftige sache und ich hoffe natürlich für amurand dass sie da irgendwie vielleicht keine ahnung mit polizei oder allem auch da jetzt das ganze irgendwie bewältigt bekommt weil das das kann ja nicht sein also es kann nicht sein dass das sowas überhaupt möglich ist also ich hoffe dass sie da schnelle hilfe bekommt von den behörden und was auch immer und ja aber ich denke es ist auf jeden fall wichtig auch mal das hier anzusprechen weil das eben zeigt es eben nicht immer alles heile welt und es nicht immer alles so wie die streamer dass ihr eben vorgaukeln quasi und das ist halt auch so eine sache es sind extrem viele menschen in der toxischen beziehung gefangen und kommen da nicht raus und viele leute fragen sich dann habe warum viele fragen sich dann vielleicht warum macht sie nicht einfach schluss warum macht sie nicht einfach schluss sie hätte doch da einfach sie hätte einfach schluss machen können nein das funktioniert meistens nicht in so einer situation in beziehung entweder ist man da emotional abhängig oder man ist wegen gewalt oder anderen dingen irgendwie abhängig von seinem partner oder seiner partnerin und so weiter und so fort und sehr viele menschen befinden sich in sowas und sehr viele menschen stecken in so einer ja in so einer toxischen beziehung da muss man ja meistens ist es wirklich extrem schwierig da überhaupt rauszukommen weil man findet gar keinen weg so